Ja, hi liebe Gentle-Nerds, hallo alle Nerds, Internet-Nerds, ja hier ist Maximilian Schnappe, hi! Ja, Maximilian überlässt heute mir das Reden, er ist ja auch noch ganz jung, er ist jetzt 1, 14 Monate und schon YouTube-Star, genauso wie unser Kollege LeFloid und darum geht's heute. LeFloid hat ja sein Anzeigebild geändert in Form eines Harry-Potter-Icons und seitdem macht er noch mehr Klicks, also irgendwie als Zauberer funktioniert das, ne LeFloid, du bist ja Zauberer geworden, also versucht LeFloid wahrscheinlich dann noch einzusteigen in das Filmgeschäft von Harry Potter, in die Zauberwelt, Maximilian. Ja, wir wünschen euch übrigens noch nachträglich einen schönen Nikolaus, wir hatten heute etwas Unerfreuliches, Unser Kaninchen ist krank geworden, musste zum Tierarzt, hat sich eine OP unterziehen müssen und wir wünschen Flecky ganz herzlich gute Besserung.